So etwas wie das Signal war für die Schlussoffensive von Borussia Mönchengladbach, für das Team von Mischofarbe, das jetzt hier in Überzahl spielt. BB nach Notbremse nicht mehr dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, in dieser Schlussphase werden wir Dauerbeinbesitz der Gladbacher erleben. Achtmal hat es Arango an diesem Abend schon versucht, so oft wie ganz Lindasol zusammen, nordweit. Kürze, Deparado, Deparado, Maristos, 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 Kürze, und für Borussia Mönchengladbach, 29. Minute, es ist der Schluss. Kürze, Deparado, Deparado. Ich denke auch, dass gerade die Auswechslung des Fahrers das richtige Händchen hatte.